Glaubt es nicht immer das, was die Eltern euch sagen, sondern entscheidet es euch selber, es ist eure Zukunft. Mir geht es halt nicht nur so um Deutsch, Deutsch, Englisch, dass ich etwas lerne, sondern eher ums Praktische, dass ich etwas arbeiten darf. Was mir oft talk ist, wenn du aus einem Holzblock richtig geile Sachen machen kannst und nachher einfach merkst, was du gerade gemacht hast. Mit der Symbole werden wir halt behandelt wie richtige Arbeiter. Mir ist bei der Schule halt voll wichtig, dass wir halt viel auch behandelt werden und nicht wie kleine Kinder, weil wir halt viel selber machen dürfen und die Lehrer mit uns auch voll nicht umgehen. Die Schule macht besonders, dass für uns einfach der Schüler im Vordergrund steht, dass der Mensch einfach im Mittelpunkt steht. Mir persönlich hat es jetzt am besten gefallen, dass man sich auf die Leute verlassen kann, auf die Mitschüler und auch auf die Lehrer. Mir gefällt in der Schule besonders gut, dass jeder freundlich ist und die Lehrer, dass sie wirklich helfen wollen. Also, dass sie wirklich wollen, dass wir etwas erreichen in unserer Zukunft. Ich habe das Poli abgeschlossen, bin jetzt seit vier Monaten in der Firma Meißl und arbeite jetzt als Schlosserlehring. Das Poli war für mich sehr sinnvoll, weil ich dadurch auf die Berufsfelder noch vorbereitet worden bin. Ich würde anderen empfehlen, dass sie gleich ins Poli gehen und sich mal alles anschauen, dann wissen sie was von ihnen. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst nach dem Schuljahr, komm vorbei, schau dir die Schule an, probier es aus und dann findest du deinen Weg. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020